So, guten Abend zur Nacht-Chart-Show. Wie versprochen, wollte ich den Dow Jones bzw. die US-Indizes kurz besprechen, wenn neue Fakten da sind. Ich war jetzt den ganzen Tag unterwegs, deswegen gab es kein Live-Update. Diesen Chart vom Dow Jones-Index habe ich noch veröffentlicht. Das ist der 30-Minuten-Chart. Hier habe ich diese kurzfristige Aufwärtstrendlinie eingezeichnet, mitsamt der Unterstützung. Die hätte dann brechen sollen, um dann einen Angriff auf den EMA 200 im 30-Minuten-Chart hinzunehmen. Dort einen Abprall und dann weiter in Richtung 17.100 zu fallen. Was ist dann passiert am Nachmittag? Kurz nach Börseneröffnung ist der Index auf 17.200 gefallen, hat wieder ein höheres Tief gemacht. Anschließend nochmal ein höheres Hoch. Zu diesem Zeitpunkt war der Trend absolut intakt und Short- oder Leerverkäufe absolut nur antizyklisch. Dann analysieren wir jetzt hier weiter, was nach 20 Uhr passiert ist. Hier wurde es eben leicht unterschritten, aber das damalige wichtige Unterstützungsniveau hat noch gehalten. Hier wurde eine Aufwärtsbewegung bis 21 Uhr, circa bis 17.270 von den Marktteilnehmern erledigt. Anschließend fiel der Index nachbörslich, beziehungsweise bis zum Börsenschluss um 20 Uhr auf 17.130. Wann wäre jetzt ein Leerverkauf sinnvoll gewesen? Also hier hat er im Prinzip nicht das neue hoch gemacht. Hier ist er dann unter dieses Tief gefallen und hat eben auch gleichzeitig die Trendlinie gebrochen. Im Prinzip war es jetzt hier schwierig, weil wir, wenn oft die Signale sind, eben auf Schlusskursbasis, dann wäre man hier frühestens 17.172 eingestoppt gewesen. Um das nochmal hier nachzuvollziehen, hier wäre ein direkter Verkauf auch möglich gewesen, also die Stop-Sell-Marke, wenn man sie hier direkt in den Markt gelegt hätte. Also zwischen 17.200 oder 17.190 und 17.210 wäre es Trendfolgen dann eben Short möglich gewesen, in diese letzte Down-Abwärtsbewegung reinzukommen. Der Stop müsste jetzt, wenn man nach Markttechnik agiert, müsste er eben fast 80 Punkte höher liegen. Ein sinnvoller kurzfristiger Stop wäre eben hier die Wolkenunterkante bei 12.215 Punkten circa. Ich werde im Laufe des Vormittags morgen nochmal auf diese Konstellation eingehen und eben auch noch den Stundenchart begutachten. Bis dahin wünsche ich wieder allen weiterhin gute Trades.